Hallo zusammen, ich bin der Anton von Beachinspektor und hinter mir seht ihr einen der wohl bekanntesten Strände auf ganz Ibiza, nämlich den Sessalinas. Das Motto hier ist sehen und gesehen werden. Der Strand sieht ein überwiegend junges Publikum an und das ist durchschnittlich wirklich sehr, sehr gut aussehen. Die Partygänger Ibizas kommen hierher, um sich von den vornächtlichen Strapazen zu erholen, genauso wie das lokale Szene-Publikum. Entspannt wird in einem der vier Strandclubs vor Ort. Dort spielt's chillige Musik und es herrscht eine wirklich sehr, sehr lockere Atmosphäre. Wer noch ein bisschen fitter ist vom Vortag, der kann sich auch beim Wassersportangebot austoben. Da gibt's SUP, Stand Up Battle, es gibt Kajak und wer will kann sich sogar ein kleines Segelboot ausleihen. Und für all jene unter euch, die dem Trubel einfach ein bisschen entgehen wollen, die sollen sich einfach ans östliche Ende des Strandes bewegen, dort über eine kleine Klippe laufen und dort findet ihr zwei, drei versteckte Buchten, in denen ihr wirklich einen ruhigen und wahrscheinlich auch einen einsamen Strandtag verbringen könnt. Viel Spaß!